Angst und Schrecken. Gestern in diesem Quaffersalon an der Poststrasse St. Gallen. Ein maskierter Mann stürmt das Geschäft und ruft laut Terroranschlag. Dann packt er eine lebensgrosse Dekofigur aus dem Schaufenster und macht sich aus dem Staub. Dominique Ledergerber berichtet. Gestern Nachmittag wird Severin Ciren so schnell nicht vergessen. Die Quaffer-Lehrtochter ist ganz normal am Arbeiten und denkt sich nichts Böses, wo plötzlich ein maskierter Mann ins Geschäft an der Poststrasse St. Gallen stürmt. Nachher ist auf einmal so ein Typ mit Kapuzenpulli reingerannt und hat voll laut geschreut, Achtung Terroranschlag. Wir sind dann halt alle mega verschrocken und schockiert gewesen. Dann ist er hier zum Schaufenster hergerannt und hat den Vorhang runtergerissen und hat die Figur hier klauen. Und dadurch, dass er dann noch eine hat rausnehmen konnte, weil meine Lehrmeister in Zümmeren ist, ist er dann mega schnell wieder rausgerannt aus der Tür raus. Mit seiner Beute unter dem Arm macht sich der Täter aus dem Staub, lässt aber noch einen Brief zurück, wo er die Haltungsbedingungen für die Pappfigur kritisiert. Die Angestellten kommen glücklicherweise mit dem Schrecken davon. Auch sie rätselt noch immer über das Motiv. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, wer das war. Ich weiss auch nicht genau, wer das... Ich könnte mir eher vorstellen, dass so einer aus einer Klinik ausgebrochen ist und sich einen Spass hat erlauben. Die Kantonspolizei St. Gallen hat die Ermittlungen in der Zwischenzeit aufgenommen. Auch sie geht von einem verwirrten Täter mit psychischen Problemen aus. Rein aufgrund der Tatsache, dass er eine Pappfigur aus einem Star-Wars-Film geklaut hat, lässt es schon einmal darauf schliessen, dass die Sache wirklich fernab von einem effektiven Terroranschlag ist. Und des Weiteren ist auch der Brief, den wir mitgenommen haben, alles andere als verständlich formuliert. Und auch aufgrund von dem gehen wir eher davon aus, dass er eine verwirrte Person ist. Trotzdem ist es klar, dass bei den Mitarbeitern ein ungutes Gefühl zurückbleibt. Gerade in Zeiten, in denen Terroranschläge auch in Europa zugenommen haben. Wir sind recht... Wie soll ich sagen, sobald jemand reinläuft, gehen wir gerade füllen und schauen, ob es er ist oder nicht. Kalt verwitschen lassen wollen sich die Angestellten des St. Galler Quaffeur-Laden, aber nicht ein zweites Mal. Seit heute Morgen steht darum gerade neben dem Eingangsbereich ein Pfefferspray.